Wir werden heute die Regenbogen-Shiny-Challenge machen, aber schaut mal unten links. Es ist ein Speed-Run-Timer und es gibt noch eine schöne Sache, die wir machen werden. Und zwar, was ist, wenn wir nicht erstmal gezielt nach den jeweiligen Farben suchen? Denn das sind die Farben, die wir brauchen wollen oder die wir haben wollen. Und zwar Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Wir werden viele Diskussionen haben, ob der jetzt Gelb oder Dunkelrot ist oder Lila oder Grün getubt. Das wird sehr witzig werden. Wir fangen an. Legenden, äh, ups, äh, ihr habt nichts gesehen, Entschuldigung, ihr habt nichts gesehen. Äh, ihr habt nichts gesehen, also. Nein, nein, ich und Anton hatten keine Zweisamkeit. Wollt ihr das größte Gänger der Welt sehen? Kein Problem. Also Real Talk, ich habe kein größeres Gänger. Was denkt ihr? Welche von den Farben taucht als erstes auf? Ich habe den Schiller-Pinchat. Ah, seid ihr witzig, ey. Dieser scheiß Shiny-Sound, ne? Ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm, diesen Shiny-Sound. Weil, wisst ihr, wie ungewohnt das eigentlich ist, dass ich jedes Mal so Outbreaks bekomme? Bei unserer Challenge war das ja nicht so. Äh, okay, wir fangen hier an. Stopp, 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 stopp. Hold on. Oh mein Gott, da ist es. Habt ihr es gehört? Ist das das Shiny? Ist das das? Das ist grün, oder? Ja! Da ist es! Oh mein Gott! Das erste Shiny! Oh, die Frage ist jetzt, ist das grün oder ist das gelb? Leute! Was ist das, Chat? Ist das gelb oder ist das lila? Wir müssen mal... Äh, gelb oder lila. Ja, moin. Äh, können wir eine Umfrage machen, Mods? Bitte einmal. Wie kommt man auf lila? Wegen Muß! Nur wegen Muß, habe ich lila gesagt vorhin. Oh, Shiny! Was? No way! No way! Again? Oh mein Gott! Was? Noch einer! Hä? Äh, ja, moin. Still green! Oh mein Gott! Ein Goldbart! Okay, die meisten von euch sagen, dass wenn du fliebst, grün ist. Ah, schade! Da haben wir zwei grüne. Pacerizo wäre lila. Das wäre eigentlich krass. Ich glaube, mit lila werde ich sehr viele Probleme haben. So. Schelast wäre auch grün. Oh mein Gott! No way! Was? Noch mal Shiny! Oh ho 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 ho! Oh mein Gott! No way! Are you serious? Oh mein Gott! Ein blaues! Nein! Oh ho 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 ho! Ich schwöre, ich habe keine Hacks an. Das Shiny-Lack ist, ähm, gerade, äh, on fire. Es kann natürlich sein, dass es bei den letzten drei viel länger dauert. Okay, Chad, ich zeige euch mal eben kurz, was wir alles haben jetzt. Wir haben Golbert, wir haben, wenn du fliebst und wir haben Alpollo. So, die Frage ist jetzt, Leute, ist Alpollo lila oder blau? Was sagt ihr? Ich zeige ihn euch nochmal. Was sagt ihr? Ist das blau oder lila? Mein Color Picker sagt, dass das Karokal ist. Karokal ist, glaube ich, so eine Art lila. Ich glaube, ich würde es verstehen, wenn ihr lila schreibt. Wir haben auf jeden Fall schon mal grün. Also, Alpollo ist laut eurer Meinung nach lila. Ihr seid die Chefs, wir machen lila. Das heißt, wir haben jetzt grün und lila. Äh, okay. Lass uns zum Kobalt-Küstenland, da waren wir noch nicht. Mascholo wäre auch grün. Schade. Wir dürfen, by the way, nicht entwickeln. Wir machen das so, Chad, ihr bestimmt das. Dann kann keiner schreiben, Alter, du hast gar keine Ahnung, du bist voll, dein Geschrei nervt. Das gab es auch schon. Das ist pink und kein wirkliches lila, der Balken. Ja, doch, lila. Das soll lila sein. Bei blau, lila. Ja, das soll lila sein. Bei mir ist das lila. Ich dachte gerade, ich habe echt komplett reingeschissen. Aber nein, das ist bei mir lila. Oder mein Monitor ist scheiße. Oh, der wäre... Oh mein Gott! Was, Digger? Ein Plimprin? Are you serious? Bist du dir sicher? So, Plimprin ist blau. Oh Mann! Marco! Weißt du noch das Video mit dem besten Shiny-An, den du je gesehen hast auf meinem YouTube-Kanal? Müsst ihr euch anschauen, Chad. Wir haben ein blaues Shiny. Oder gibt es irgendjemanden, der das anzweifeln möchte? Boah, guck mal, diese Checkmucks. Wie gerade. Okay, wir gehen hier hin. Das ist mit einer meiner Lieblingsorte. Oh, ich habe echt so viel gelacht. Die letzten Tage nicht mehr, ne? Also seit Donnerstag. Schokobob schreibt, ich bin auch öfter blau. Oh, Sichlor wäre grün. Sichlor wäre grün. Imagine, jemand sagt zu Sichlor, der ist rot. Also ich kenne da keinen, der auf die Idee kommen würde, Sichlor als rot zu betiteln, Chad. Was ist das für ein Pokémon-Spiel? Das ist Pokémon San Andreas. Ganze Challenge in Legenden-Arcus. Würde potenziell auch wechseln? Ja. Ich glaube, wir wechseln auch. Ah, bitte kein Starapt. Oh mein Gott, ist das groß. Oh, yo. That's what she said. And I believe, die Greta hat es schon probiert. Oh, yo, warte, nein. Ist der lila? Wo ist der denn jetzt? Wer ist denn das Shiny von denen? Ach, das Pio und Draghi. Oh, oh mein Gott, das sind zehn. Ähm, hallo, Leute. Es ist aber rot, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, ist das rot, ist das gelb, ist das lila, ist das blau? Ich musste gestern an dich denken. Dankeschön. Wenigstens hat jemand an mich gedacht draußen. Für mich ist das ganz klar rot. Also ihr sagt, dass das rosa ist. Das werde ich so mit ins Video aufnehmen, ne? Das ist euch klar. Ach so, ist das ein Pferderennen? Ist das ein Pferderennen, Nikolas? Oh, Leute, ist das ein Pferderennen, Leute? Wenn das ein Pferderennen ist, dann dürft ihr die Umfrage öffnen. Oh! Es ist ein Pferderennen. Oh, man fuck so. Ich rede von Pferderennen. Oh mein Gott. Und man fuckst in unserem blauen Shiny Only Run. Und jetzt ist er einfach wieder da. Und da ist er. Oh! Yo! Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh! Was ist das für eine Farbe? Das ist rosa, ne? Oder? Zählt das zu rot? Ha 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 ha! So, liebe Leute. Die Frage ist... Ha 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 ha! Welche Farbe hat das Pokémon? Also, das ist ein, ja, rosa, pinkes Shiny. Oh, ich bräuchte Elikid. Ich bräuchte echt Elikid. Das wäre das Gelbe, was uns fehlt. Ist ein Burger King dabei? Oh! Da ist ein Burger King dabei! Ha ha ha! Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein! Was ist jetzt Skunkapu? Skunkapu ist so ein Mix nochmal aus Pion Draghi und dem anderen, was sie gefangen haben. Oh, das würde ich aber auch zu rot zählen. So, warte, 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 kurz. Ja, das ist deutlich rot. Das ist so fast schon magenta-rot. Uns fehlen immer noch Orange und Gelbjet. Umso näher wir dem Ziel kommen, desto schwieriger wird es, weil wir halt nicht beeinflussen können. Wir werden auch noch in Zukunft anfangen, das seltenste Shiny der Welt zu shiny anden. Welches Paradox-Pokémon ist denn Orange oder Gelb? Ich weiß for real gerade nicht, wie man die Karte aufmacht. Oh mein Gott! Ich habe ein orangenes Pokémon, aber das werde ich nicht sagen, weil ich weiß zu tausend Prozent, dass ihr das sehen wollt. Ich werde es nicht nennen! Ha ha ha! Nein! Kein Urgel! Nein! Ha ha ha! Das muss ich ehrlich sagen, das ist mit einer der geilsten Sachen in Carmesin und Pupo. Einfach dieses Picknick-Reset ist einfach so crazy strong. Mh, mh, mh. Oh, da ist es! Oh! Ho, ho, ho! Oh mein Gott! Das ging jetzt aber schnell! Äh, ja! Da ist der Orangene! Und willkommen! Orgel! Wiederwahl! Was gibt es denn für ein gelbes Paradox-Pokémon? Ja! Kriechflügel ist gelb! Abstimm, Chat! Abstimmen, abstimmen! Schaffe ich es in unter drei Stunden... So, Schillerkraftbeginn ist... Schaffe ich in unter drei Stunden das letzte Shiny zu bekommen? Du sollst nicht pfeifen, du sollst laufen! Du Pfeife! Es geht los! Ich weiß, ich habe ein bisschen getrödelt und ich musste meine Orientierung sind wie ein Rentner. Erstmal finden, aber ich bin kein Rentner. Aber um einfach direkt angenommen zu werden für das Jobangebot, müsst ihr einfach nur jetzt den Kanal abonnieren! Denn jetzt bekommt ihr das Jobangebot! Wie viel Zeit haben wir noch für drei Stunden? Oh mein Gott, zehn Minuten! Schaffe ich das in zehn Minuten? Okay, Chat, die letzten Sekunden! Die letzten Sekunden! Ah! Trinken kann man... Oh, da ist es! Oh nein, das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht sein Ernst! Das ist nicht sein Ernst, dass der zwei Sekunden... Nee, das ist nicht witzig! Das ist nicht witzig! Das finde ich nicht witzig! Ja, im Hümerball bleibt er natürlich dann drin. Alle Regenbogenfarben gefunden haben, Leute! Woo! Wenn dir das gefallen hat, abonniert den Kanal, like das Video und bis zum nächsten Mal!